und heute wie ihr sehen könnt eine runde sachen sauber machen und heute werden wir die titanik mal ein bisschen hier zwei band dieses riesen gefährt und da haben wir hier mal unten schön an das einmal sauber zu machen und danach kann man auch tatsächlich schon wieder geburt machen was eigentlich sehr nice ist weil dann gibt es nämlich nichts mehr kann man auch wenig was hallo sagt komme ich auch wieder hoch und dann wird das nichts mehr das ist schade ich komme mir ich komme doch hoch so sagt so sagt so zack zack fertig man so danke nein machen wir mal schön die unteren seiten sauber habe ich mich da hochkommen soll fertig die seiten hier auch fertig so 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 Perfekt. Mann. Hier ist ja auch noch was. Ich muss ja hier echt komplett einmal rumgehen, um wirklich alles sauber zu machen, aber ja. Solltet ihr gerne mal in den Kommentaren auch schreiben, wann seid ihr eigentlich so mit der Schule fertig? Ähm, ja, würde mich nicht mal interessieren. Und was spielt ihr so für Games, das würde mich auch interessieren. So, zack. Ja, hochkommen wir aber definitiv nicht. So, machen wir mal auf die andere Seite noch. So, wir sind tatsächlich auch schon bei 30 Prozent wieder. Das ist doch sehr nice. So. so so jetzt ist es ja 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 Ja, die habe ich dann auch auf die Seite. So. Wann habe ich ein 1,5 Millionen? Hm, egal. So. Zack, zack, zack. Diese Seite hier noch. Schön einmal. So, Ebon. So. 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 So, jetzt irgendwie das hier. So. So. man macht danke jetzt auf der Seite noch wie soll man eigentlich da raufkommen muss man nicht da irgendwie auf hochkommen oder muss man das alles irgendwie von außen machen ich hab keine Ahnung weil hier nämlich von außen gleich alles fertig deswegen so ja so und jetzt noch hier so hier komm ich tatsächlich hoch warum nicht so jetzt jetzt kann ich nämlich auch hier drauf gehen mach auch schön mal hier das vorderrad ist nein jetzt bin ich runtergefallen Mann ausgerechnet hier falle ich runter genau dann so Boden einmal schön säubern hier Boden muss natürlich auch schön aussehen so 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 Zack, zack, zack. Ja, ja, ja. das fertig ich mache jetzt die kleinen dinge hier Noch 2%, dann habe ich nämlich die Panik auch schön sauber gemacht. So. Jetzt kann ich nämlich die Wiedergeburt machen. So, Wiedergeburt. Ähm, ja. Äh, Wiedergeburt. Zack. Jetzt habe ich wieder gar nichts. Jetzt müsste ich sogar so ein... Ach so, äh... So. 4.000, oh man. Habe ich wieder so eine Kackpistole hier. Und hier wieder nie irgendwas richtig hin. Ach so. Äh, short story. Ausrüst, so. Habe ich mir hier extra dafür ausgeholt, so. Machen wir hier eben nochmal da kurz das Auto fertig hier. So. So. Von oben bis unten einmal schön durchwaschen. Und fertig. Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken ab und Kommentar da. Schaut außerdem einfach in den Disco-Sort vorbei, der ist unendlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann mal auf den Tag oder nicht. Euer Hassel. Ciao, ciao. Chaps. 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 Bis zum nächsten Mal.